Uaah! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Ich bin euer Frost und wir sind hier in Y-Station B. Wo ist eigentlich mein kleiner Freund hin? Ich wollte eigentlich... Ist er noch da? Ich wollte in der letzten Folge eigentlich gucken, ob ich noch in einen anderen rein kann. Aber scheinbar habe ich meinen kleinen Freund verloren. Oder? Okay, ich muss mit dem Ding hier wählen. Ähm, lass mir nur kurz gucken, ob ich ihn nicht doch noch finde. Ah, hier sind die Gegner. Ah, ich glaube nicht. Ich bin auch an einem verschlossenen Stationsdinger vorbeigekommen. Ich habe mich kurz gefragt, ob mir das Teil des nicht auch aufschließen konnte. Oh, geh zu! Geh zu! Geh zu! Okay. So. Ich kann hinter Wasser atmen und ich muss mit diesem... ...schwenken. Gut gewährt. Bedeutet, dass sie hier jetzt was ablassen. Oder nicht. Hört sich so an. Sehr gut. Ah, was jetzt? Was hängt? Ach, kurzer Laderum. Okay. Wir hoffen, dass die... What the fucking hell! Da drin ist so unfassbar dunkel. Oh, ich habe eine Lampe. Wo habe ich... Wo habe ich ein Flashlight? Ich habe mich gerade nicht mal auf C gedrückt, um zu gucken. Und tatsächlich habe ich... Oh fuck. Hier ist so viel los wieder. Oh fuck. Oh shit. Oh. Das wollte ich ja nicht mehr sagen. Oh, verdammt. Und? Oh, 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 oh. Oh. Hey, das ist neu. Jesus Christ! What the hell? Die ganze Zeit habe ich immer... Ah, gemacht. Aber ich nehme an, jetzt da ich ein Vieh bin, wie ich mich mal so nenne, macht es... Will es mich... Ah. Will es mich... Zu wenig Strom. Offensichtlich. Okay, das ist dann offensichtlich. Hat das Ding zu wenig Strom. Oh. Schade. Kann ich dich aufmachen? Ja, ich kann dich aufmachen. Wo hier? Kann es damit irgendwas? Da blinkt was. Okay. Lesen wir es mal dich. Schrauben. Ich habe... Schrauben und... Was sind das? Transistoren. Oder Glybien. Oh, da ist jemand. Was bist du? Ein Tablet. Ein Manifest. Manifest Shuttle Beat. Gute YB-Tetra-Pr. Abfallsratung. Keine Ahnung. Gegenstände Ticket. Blablabla. Aufschlagsereignis. Am Morgen des heutigen Zürfens. Januar schlug der Komete Telos um 5 Uhr ab 13 Uhr in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Koalitionen jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles wird darauf hin, dass die Erdüberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Wow. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unseren Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch wurde kein Todesfeld berichtet. Der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikationsstation auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, das unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Täter wird ein Notfall-Meeting abhalten und die Zukunft von Pathos 2 und David hat sich die ganze Menschheit zu besprechen. Bei der Information, was ich beziehe hier für die Kürze. Fuh, Krön. Was ist das denn mein Name? Ein Video. Los. Ich denke, jemand will helfen Sie einen Message zu senden. Ich meine, ich hoffe, sie wird. Hell, ich bin nicht sicher, dass Sie diese Message bekommen haben. Wenn Sie das tun, ich möchte Sie wissen, dass ich Sie nie verraten für folgenden Sie. Es ist einfach... Ich war einfach so glücklich, dass es nicht besser fit ist mit dem, was ich dachte, unsere Leben wäre. Ich wirklich wollte die Picker Fence, die Familie, you know. Ich denke, was ich versuchen, zu sagen, ist, ich bin stolz von Ihnen. Und, obwohl es sehr schwierig zu sein, dass Sie sich verraten von Ihnen verraten, ich habe nichts verraten. Ich bin froh. Und ich wirklich wünsche, dass ich das ablehört zu sagen, ohne die Höhe zu fallen. Ich liebe Sie, Amy. Ich habe immer. Und immer wieder. Oh. Okay. Ich kann jetzt damit noch nicht so viel anfangen. Aber ich kann hier auch nur da hinten langlaufen. Dann schauen wir uns mal um. Maintenance. Oh, 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 hier hat es gespeichert. Ich glaube, ich muss da in den kleinen... Was sollte man hier hochklettern können? Ich könnte wetten, man muss hier außen rumlaufen. Eigentlich. Ich kann auch sagen, dass ich Rückzugs da langlaufen muss, weil hier komme ich mir auf jeden Fall nicht hoch. Jo. Hier ist wieder die Sülze. Warte mal. Ist das... Ist das Öl oder ist das Blut? Sag mal. Oh, schade. Kein Leidner im Begleiten, ne? Mit der Taschenlampe. Das finde ich jetzt nicht so schön. Kann ich jetzt ein... Gibt das Option? An, an. Hoch. Hoch. Sehr hoch. An, an. Ah, da gibt's nix. Ich bin schon auf Maximum, was das Spiel ergibt. Oh mein Gott. Le... Lebt die noch? What the fucking hell? Ist das eine Maschine oder ist das... Ein Lebewesen? Ein Lebewesen? Hey, bist du... Nicht schuldig mich. Kann ich helfen? Es wird nicht um mich zu sterben. Nichts ist zu sterben. Nichts ist zu sterben. Oh Okay, Amy braucht Hilfe Vielleicht kann ich ja Der obere geht hier unten lang Und geht In sie hier rein da Der untere geht Hier lang Geht auch in sie rein Ich geh nochmal zurück Ich möchte sie nicht umbringen Muss ich ihn umbringen Ich mein Bisher sehe ich keine andere Wahl Als jede um sie bringen Vielleicht kann ich sie umbringen Vielleicht kann ich sie ja Retten, wenn ich nicht immer die Dinger da gedrückt hätte Ich glaube, ich spiele das Spiel nochmal durch Aber ohne die Dinger zu drücken Vielleicht hilft das hier Dass sie vielleicht erst gar nicht wachsen Und erscheinen Wäre eine Möglichkeit Aber ich weiß es nicht Ich habe nichts gelesen, ich habe nichts getan Ich habe Ich habe nur Eigentlich das erste Video gesehen von Soma Also Trailer Video Und dann habe ich gesagt Jo, passt Oh gut, dann Shit Are you okay? Are you okay? I don't know I want to go home Lebt sie noch? Ich glaube, sie lebt noch Reigt das schon? Ich geh mal gucken, ob das schon reicht Noch lebt sie ja irgendwie Wo? Okay Okay ein heuerland gemeint so ist es am leben lassen soll ich sie ich weiß es nicht ich bin mir nicht sicher was ich mit dieser dame da hinten tun soll nein das war werfen ich bin mir sicher wenn ich es ich glaube wenn ich jetzt noch eins raus ziehe dann gehen die sicherheitssysteme an ich könnte wetten oder unten macht sicherheitssysteme und oben macht die anderen beiden ich könnte wetten dann wird es schwerer ich lass es einfach so genau ja 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 okay dann oh ja ja passt und nun ach ja ich bin ich hier nach lambda kann ich fahren ok 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 wo kam ich her ok dann fahr ich mal nach lambda noch zwei minuten ok willkommen pethos 2 your expressway to the stars what started is a thermal mining operation in the 60s has now become home to the omega space gun the world's most affordable way to launch satelites and deep space probes our unique atlantic ocean location allows for this gigantic coil gun running longer ... als ein Marathon, um sicherlich Projekteile zu erzeugen, ohne Risiko zu verhindern, mit Risiko zu kombustieren. Die Station hat ein Multiple-Sites und hat eine diverse Staff von Engineern und Wissenschaften. Together, sie können die Produktion, Assemble und Amal-Arch, die Welt's most sophisticateden Spacecrafts. In addition zu einer Prinzipal-Operation, der Station ist auch der Home von Multiple-Research-Projekten in den Marien-Scienzen, ... inklusive Hydro-Kultur, Turbulenz und Deep-Sea-Konstruktion. Wir werden jetzt Absalon für Lambda. Lambda ist Pathos II's Schipping-Dock- und Transport-Hub. Dort werden Sie die Shuttle-Trainings finden, die all den anderen Teilen der Station zu finden. ... und Transport zur Service. 50 Sekunden. Noch einiges. Ja, das war so klar. Oh, fuck. Dich nehme ich mit. Wäre das nicht passiert, wenn ich... ... den Strom ganz angemacht hätte? Warte mal. Ist hier ein Viech? Ist hier ein Viech? Ich glaube, hier ist ein Viech. Aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ah, ein Machine Exit. So. Oh, fuck. Ich beeil mich lieber. Oh, Mann. Telefon. Simon. Simon. Simon, bist du da? Katharine, bist du da? Ich bin auf meinem Weg, aber dann die Shuttle-Train... ... es fasziniert. Bist du okay? Das System sagt, dass die Stärkung enthalten wurde für eine verbrechung verbrechung. Nein, ich bin nicht okay. Was passiert in der Welt? Warum sind wir unter Wasser? Nein, du bist wirklich aus dem Platz, nicht wahr? Also, keine Angst vor dem Moment. Ich weiß, dass du verbrechst. Aber du bist so nahe mit Lambda. Wenn du einfach weiter geht. Wie nahe? Kann ich da gehen? Ja, aber das Tunnel ist verbrechst, um die Stärkung der Strukturen zu verlassen. Was musst du finden, ist die Stärkung der Stärkung. Die Stärkung der Stärkung. Die Stärkung der Stärkung. Stärkung der Stärkung? Kein Problem. Was ist das? Was passiert da? Ich muss gehen. See you soon, Simon. Okay. Are you okay? Okay. Nichts mehr da. Okay. Machen wir mal weiter. Das muss wohl die Klappe sein. Aber ich laufe noch jetzt weiter. Nur um zu gucken. Da vorne ist auch was. So ne Scheiß Dingens! Soll ich draufdrücken? Wo ich angefangen mit immer draufdrücken. Jetzt mach ich das weiter. Wow! Geht hier mal mehr rein? Das ist gut oder das ist schlecht, was ich gerade gemacht habe. Tue ich was gut oder tue ich was schlechtes damit? Ich kann es echt nicht sagen. Noch ein zweites? Ne. Kann sein, dass ich mich immer mehr in irgendein so ein Viech selbst verwandle, wenn ich dann noch weiter mache. Kann aber auch sein. Kann aber auch sein. Das hast du ins Spiel gehört. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, was oben an der Ende des Leiter ist, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann und tschulde. Tschulde. Tschulde.